Moin moin und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, diesmal Vulcanites. Das Spiel befindet sich noch in der Early Access Phase, schon seit irgendwie mehrere Jahren. Okay, es handelt sich ja nur um eine Person, die halt das Spiel halt entwickelt. Und ja, um was geht es um Vulcanites? Ja, wie auf dem Bild hier zu sehen ist, geht es um Vulkanausbrüche, die wir verhindern müssen. Und deswegen müssen wir ein Schiff kapern, was ihr hier auf dem Bild seht, einen Drill. Mit dem müssen wir feindliche Einheiten töten, sowie auch die ganzen Lasergeschütze zerstören, um das Spiel überhaupt dann quasi durchzuspielen. Um da überhaupt weiter voranzukommen, müssen wir halt diese Einheiten töten, damit wir uns verbessern, sowie auch die Schlagschiffe halt natürlich auszuschlachten. Auf dem Bild werde ich jetzt nun euch zeigen, auf welchen Schwierigkeitsgrad wir spielen. Und das sind die höchsten Einstellungen, die wir jetzt so aktuell vorgenommen haben, um ein bisschen Challenger, ein bisschen in diesem Video reinzubringen. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's erstmal. Und wir starten mal direkt ins Spiel. Und ich würde euch sagen mal, viel Spaß. Ich hab alles gelootet. Tschüss. Warte mal. Frames sagt, hierbleiben. Warte mal, warte mal. Kollege, ich schieße dir gleich ins Bein. Ey, hallo, du kannst doch nicht... Aber warte mal, warum stehen wir denn? Wir müssen uns doch irgendwie erstmal versammeln und dann sagen, ja. Ich hab das Erschirmand bekommen. Was? Ja, die Tür zu machen. Wie, was? Was hast du das gemacht? Ich hab einfach nur die Tür hinzu gemacht. Okay. Warte mal, es gibt noch ein Erschirmand mit dem Käpt'n. Wir müssen da auch noch einen. So, ja man, töten. Töten. Nein, nicht töten. Ey, warte mal. Du hast mich angeschossen. Oh, Rampy, du gehst doch nichts zu sehen. Hä? Ja, man tut nix auf ihn drauf hier. Schau. Warte, ich stelle neben mich und rufe mal an. Ne, ne. Warum liegt das da, Mann? Hallo? Excuse me? Hap up in the house, rap up, ne? Sonnenbank, Junge. Sonnenbank, warte mal. Anschießen kann man es nicht. Oh, guck mal, jetzt hat er noch ein Loch in den Ohr. Guck mal, jetzt steht der noch besser. Okay. Ach du Scheiße. Warte, 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 warte. Der hat hier, oh mein Gott. Jungs. Oh mein Gott. Ähm, da sind es 2, 4, 6, 8, 10 Roboter. Ist doch egal, die töten wir. Schaffen wir doch, oder? Warte mal, ich muss mal kurz meine Video-Settings auch umstellen. Scheiße, Mann. Ähm. Oh, hier ist ein Schraubenschlüssel. Ah, ne, brauche ich nicht. Sie scheinen. Wie die Sonne. Sie haben eine Knollnase. Äh, warum haben wir noch 12 Minuten? Ist das nochmal, ne? Ja, wir sollten uns behalten. Actually, wir sollten uns behalten. Okay, let's go. Äh, ja, die erste Tag bricht schnell an. Das schicken. Okay. Ja, ja. Hm, vielleicht ist meine Video-Einstellung frei abmachen sollen. Was ist das? Oh Gott, Achtung, Achtung, Achtung. Oh Gott. Oh, oh. Ja, schauen wir nach vorne. Ach, du heilige. Wie geil. So viele Gegner. Aber die werden gleich alle zu uns kommen, weil es war. Oh je. Das wird ein Spaß. Geht doch. Sobald wir das Schiff nämlich angreifen. Äh, weißt du was? Äh, wie war ich denn einfach aus? Oh, sind die toll. So. Verdammt. Äh, wir sollten das Crafting-Modul auf jeden Fall verschonen. Ja, glaube ich auch. Äh, müssen wir das echt aufknacken? Ja. Und gleich sollst du mal aufpassen, Alter, was da für eine Respawn-Rate rauskommt, ihr wer. Äh, ich sehe hier nichts. Deswegen, mach kaputt, wie es geht, so schnell wie es geht, die scheiße rauskommt. Leute, Leute, ihr habt ein Problem, ihr habt ein Problem, die kommen da gerade alle auf euch. Ich traufe die Besicht. Äh, ja, okay. Nein, wir haben das Trinken-Kopf gemacht. Was, Digga, wo kommt die denn da näher? Habe ich euch gerade gesagt, am Strand? Ja, ich bin von auf der anderen Seite. Alter, wie viel die aushalten? Hier, Spitzsacke in deinem Kopf, Junge. Boah, Alter. Wie viel die Kopf nochmal aushalten, Junge? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Okay, Spitzsacke in deinem Kopf war nicht so eine gute Entscheidung. Äh, da ist noch eine Respawner, glaube ich. Digga, was halten die aus, würde schön? Ja. Ja, Verteidigung ist auch hochgeprüstet, oder? Nein. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich sterbe. Das macht einfach nur die Masse. Jo, Junge, kann ich den jetzt mal bitte treffen? Alter, weg mit dir, Kollege. Wau mal, die Spawner sind tot, oder? Nein, da ist der Spawner, okay. Tür, linke Seite. Merkert mir. Oh, fuck. Ich habe keine Muni mehr. Ey, was ist denn das? Wenn du keine Muni mehr hast, craft dir welche in der Kupfermine. Ja, also ich musste meine erste Nacht in der Kupfermine verbringen. Wisst ihr, wahrscheinlich auch. Okay, ich bin tot. Okay, warte mal, ihr habt die so weit abgelenkt. Ich mache jetzt den scheiß Spawner kaputt. Ja, bitte. Ich glaube, wir müssen in die Mine, Jungs. Ich glaube, wir müssen... Ich habe gerade acht Traumertau oder so gekillt mit der scheiß Spritzsacke im Spawner, Alter. Ja, ja, ich habe aber auch. Okay, ich glaube, dafür wird wirklich kein Weg dran vorbei. Wir müssen in die scheiß... Ich habe keine Spritzsacke mehr. Ich habe eine. Ich muss auch mal einen machen. Ich habe keine Muni mehr. Fuck. Okay, ich gehe jetzt straight up on the scene. Machen wir das? Versuchen wir uns das zu tun. Ja, also, ich muss nur flüchten. Also, ich glaube, da brauchen wir eine Shotgun für. Wir müssen die Dinge one-shoten. Und dann sind es sogar weiter nicht weit. Ja, Shotgun können wir auch ein Crafting-Modul nicht holen. Echt? Ja. Na gut, dann können wir uns wenigstens munitionen. Also, bei mir habe ich gerade eine Munition. Okay, wir haben noch 8 Minuten. Ich habe mir ja... Ja, klar. Okay, ähm... Ich bin nicht abgekackt. Ich bin abgekackt. Also, bin nicht abgekackt. Abgekackt. Aber ich bin kurz abgekackt. Hört ihr mich? Ja. Ja, wir haben durch. Wanns nochmal. Ich habe meinen Discord gerade kurz Fakten gemacht. So, okay. Kommt mir mal entgegen, Jungs. Ist der Spawner echt noch da? Ein Spawner ist noch da. Aber den machst du jetzt sofort kaputt. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wo genau steht er denn? Äh, wenn du vom Strand aus kommst, rein rechte Seite hinten im Eck. Okay, ich versuche mal ein Glück, die hier jetzt ein. Genau, jetzt links, 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 links. Komm schon, geh schrott. Geh schrott. Es schrott, es schrott, es schrott, es schrott, es schrott. Okay. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin lecker. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Ich hab dich einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach's noch weg. Machen wir das. Ui. So. Aber, jetzt haben wir Ruhe hier. Na endlich. Oh mein Gott. So. Ähm, das muss Spaß. Das ist mal eine Spitzhacke. Habt ihr es? Äh, aktuell. Joa. Okay, dann komm, dann komm ich jetzt einfach zurück. Wo ist der Partner? Okay, dann hier. Wir wollen ein Aufwertungsmodul haben. Irgendjemand? Na boh, ne, ich schrott. Ah, no, Rampi. Was ist denn los? Oder hat, hat. Okay, wir müssen das unten am Strand herstellen. Ja, ja, wir müssen das unten am Strand herstellen. Das wollte ich. Okay. Ja, auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kupfer. Was genau so? Äh, kann jemand das dann am Strand herstellen eben? Den Kern? Kern? Äh. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Wannst du bei einem U-Boot? Ja, ja, du musst zum U-Boot, um den Kern herzustellen. Okay. Okay, so. So. Sollte es gewesen sein. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch einen Frachtraum hier drin. Ja, leider kein Crafting. Schade. Okay, warte mal. Kann man das jetzt schon übernehmen, theoretisch? Ja, übernehmen können wir. Ich nehme mal die Reverver-Mundition aus dem Ding heraus. So, ähm, Crafting-Table. So, erstmal die ganzen Buddies looten wir ja noch unbedingt. Was genau brauchen wir den Dreh-Shift-Kern, ne? Ja, genau. Okay, wird er macht das glaube ich schon Neko, oder? Nee, den habe ich jetzt gemacht. Ja, ja, Rampis an. Ich bin noch und hier. Okay, schauen wir noch, was wir noch brauchen. Ich glaube, er hat Interess brauchen wir eh nicht. Egal, ich komme wieder hoch. Aktuell nicht. Wir müssen eigentlich jetzt nur mal eben schnell äh, das Ding zum Laufen bringen. Dann haben wir zumindest schon mal einen Start. Weil wir können auch Ressourcen erstmal unter Erde fahren. Ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Bis wir eine Schrotflitte kräften können. Weil ohne Schrotflitte, das wird schwer. Oh ja. So. Hm, fünf Minuten haben wir noch. Ähm. Da gehe ich ein bisschen Schwefel holen. Okay, gut. Ähm. Ich sammle ein bisschen Kupfer und Kupfer. Äh, warte mal. Das Teil am besten installieren. Äh, ich komme zu dir erstmal. Äh, bist du im Schiff? Äh, ne. Ich bin gerade mit Neko hier Schläfel und sowas haben sollen. Okay, dann mache ich das eben. Ähm. Bababababababababab. Achso, äh, Frachtraum reinigen oder wie oder wo oder was? Genau, du gehst in Frachtraum rein und dann auf Aufwerten. Oh, okay. Und da kannst du dann den Kern reinpacken. Und dann sollten das unser Schiffs werden. Ach, was war ich denn da? Das geht nicht. Da steht da noch was von 75%. Da müssten wir noch ein Modul kaputt machen. Ich habe ein Drehship Kern 1. Also irgendwas fehlt. Kein Zuhörungsdrehship. Äh, beschädige... Ich beschädige das Drehship, indem du äh... Ah, okay, wir müssen noch ein Modul kaputt machen. Achso, okay. Äh, warte mal. Geht das da nicht komplett kaputt? Ja, warte, 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 warte. Äh, mach das Fracht-Silo kaputt. Fracht-Silo? Äh, ja, da müsste noch ein Fracht-Ding sein. Ähm. Das tut echt weh. Genau, einfach drauf, da. Okay. So, dann müsste das jetzt gehen, ne? Genau, müsst ihr jetzt eigentlich... Immer noch nicht. Achso, wegen der Raffinerie hier oben. Autsch. Ah, okay. Ja, gut. Wir hätten das Fracht-Ding behalten können. Die hat das Gän. Nicht checkt man. Ah, die Schmerz. Das ist Schmerz. Das ist Schmerz, gerade. Die Schmerz. Oh mein Gott. Wir haben das Schiff. Gut. Dann, äh... Wir haben diesmal hier das Handwerker-Schiff. Passt doch zu uns. Na klar, Alter. Ja, wir haben ein bisschen Handwerker. Hat jemand Ersatzwende aufgesammelt? Nee. Ersatzwende? Äh, wat? Und du? Also, äh... Okay, ich greif, du weißt schon. Wie viele brauchten wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, fünf. Sechs. Okay, wir müssen noch Kupfer herstellen. Ähm, Kupfer haben wir, glaube ich, mehr jetzt genug, ne? Ja, 111. Ja, wir müssen es erst mal schmelzen. Ich habe hier unten schon eine Rappanarie-Dämpfe auftragen. Okay. Ich meine, die Wände, die Wände können auch kaputt bleiben. Wir müssen halt... Ja, muss nicht. Aber wegen Türmen und Scheiß und Module müssen wir das ja machen. Das stimmt. Dann haben wir noch Erze. Ich gehe mal kurz in den Keller hier. Machen wir los. Tun sie das. So, und Treffer-Munition habe ich auch noch. So, erst mal nachladen hier. Sehr schön. Warte mal, wie ist es meine Waffe, wenn ich auf eins? So, das war das doch was. Mein Spiel ist gecrashed, glaube ich. Was? Bin mir wohl unsicher. Ja, mein Spiel ist crap. Das ist sad. Äh, äh. Mein Steam ist gecrashed. Nein. Warum? War es noch eine Minute 50? Also, wir haben noch eine Minute 50, das meinte ich. Warte mal, was ist das denn hier? Ich sehe auch noch ein bisschen was. Oh, okay. So. Haben wir noch mal welche Kisten hier? Nee, ne? Ah, kann ich ja gerade nichts. Achso, ich habe hier einen Schrank, meinst du? Sehr wahrscheinlich, ne? Ja, so. Was? Ich habe hier raus. Nö, nö, wir haben ja mehr als genug Kisten, ich wollte ja nur reinlaunzen. Achso. Gut. Ah, okay, wir haben noch eine Minute. Äh, Schiff ist soweit. Fast repariert. Ja, ich bin... Äh, warum macht er ein Infraroar? Äh, weil ich die brauchte. Achso, okay. So. Was bist du? Du bist ein Fenstermodul. Scheiße, straff. Ähm. Werkzeuge, einmal das herstellen. Okay, wir können jederzeit runter, wenn der Kugel gleich da ist. Ja, er hat noch 20 Sekunden. Nee, nee, da schnapp ich nicht, geht runter. Wow, ich mag diesen Schiff. Er sieht so billig aus. Egal. Ich freue mich schon, wenn der Wald größer wird. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Redwatch, die Z. Noch 5. Nico? Ja, ja. Okay, wir müssen runter. Ich lasse ihn nicht allein. Lassen Sie mich los. Äh, okay. Da haben wir mal. Wir müssen ihn wieder bergen. Ja, komm, es ist nicht so, als wäre das jetzt der größte Verlust von Items. Nico, nooo. Du bist unser Raider. Nee, ich bin der Alleskönner. Ja. Hallo Leute, oh Gott, ich steve lieber wieder. Äh, bist du... Mal gucken, ob das funktioniert. Nico Craft ist gegangen. Why? Warte, warte. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht kann ich mich so vom Vulkan schützen, ja. Dass wir der Vulkan tun, wir der Relive ausbrechen. Ah, guck mal, jetzt haben wir die richtige 25 Minuten. Das ist cool. So. Ui, ui, ui. Oh. Energiekern, aha, okay. Achso, du bastelst erstmal hier ein bisschen um, oder was? Ich bastel gerade gar nichts rum. Ich bin gerade am Referent. Ah. Okay. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ihr fragt euch, wie hab ich das überlegt? Gar nicht. Was? Was? Du bist wieder da? Du warst nie weg. Ich werde nie weg. Ich gehe mal hoch. Ich will meine Sachen vorhin. Ich bin nur umgekippt. Du hast dich nur verwandelt an deine kleine Miezekatze, die wir nicht gesehen haben, ne? Ich war immer da. Ihr habt dich nur übersehen. Immer da, immer da. Du warst echt da. Wir haben dich echt nie gesehen. Ich gehe erstmal in die Ecke. Ich gehe kacken machen. Ja. Oh. Warum so schief. Hallo? Hört sich mal am Lacken? Ich bin am Kacken hier. Oh, warte mal. Ich muss hier gucken. Ey. Das ist besser. Hab ich schon mal besser gesehen. Ja. Ich hab auch schon mal besser jemanden abseits gesehen. Aber guck mal. Der ganze Bohrer ist voll. Boah, guckt euch doch mal den Nebel an, alter. So, ähm, Prioritäten. Prioritäten? Äh. So, viel Spaß. So, jetzt ist die Treibung. Bin ich umgekippt. Was? Ja, warte mal. Ich bin da hinten umgekippt. So, ich brauche erstmal eine Komplette. Okay. Ich gehe mal Kupfer farmen. Das ist eine gute Idee. Deine ist 23 Stück. Oh mein Gott, aber ich habe Angst vor der ersten Base, alter. Digga. Ach was. Ey, ich gehe da noch nicht hin. Easy. Easy? Ja, hast recht. Wir haben doch schon eine geradet Ramp. Ah, verdammt. Ja, da hatten wir noch Munizierung. Also, meine Sachen sind doch weg. Naja. Nicht mein schöner Revolver. Oh nein. Ach, ich glaube nicht, aber traurig. Na gut, die Pickaxe vielleicht, aber... So. Okay. Oh, noch mehr Kupfer herz, alter. Mmm, das schmeckt. Hey. Habt ihr das gehört? Was? Unser Frachtraum-Sort. Oh nein. Der ist nicht voll. 39,45. Ja, ich habe gerade was rausgeholt. Ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen. No, 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 no. Okay. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da hinten ist noch 21. Das nehme ich. Äh, da hinten ist ein Rucksack wie ein Goetheart. Äh. Hast du da, wo ich... Ja, ja, da wo ich stehe. Ganz rechts. Dann ist mein Rucksack da rum. Ist da, ist da, ist da, ist da, ist da eine Pickaxe und so drin? Weiß ich nicht, ich gehe da mal gucken. Also ich habe mir, ich habe mir jetzt auch eine Schrotz gecraftet, ne? Da ist jetzt noch eine. Ah, ne. Äh. Ach, keine Ahnung. Warte mal. Ja, ich habe mir ja den Krupp, Gott. Äh. Naja, ich habe ja gedacht, dass da noch eine drin ist. Der Ball hat noch irgendwie eine drin. Das sah gerade weird aus. So, okay. Das war. Ich sammle doch Quar. Gut, 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 gut. Yum, 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 yum. Äh, wie weit sie... Okay, ich kann... Ah, machen. Ich habe noch genug Platz, Alter. Ich mache hier oben mal die Schrad-An-Converter rein. Und hier unten mache ich... Wie sieht es mit Kohle aus? Haben wir davon erstmal genug? Ähm. Achso, ja, stimmt. Ja, da war ja... Aber wir haben keine Forschungsstation, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Muss ich craften? Wird es keiner haben? Oder... Äh, bin am craften. Keine Sorge. Okay, alles klar. Keine Sorge. Ich gucke mal, was da im Rucksack liegt. Was vermisst du genau? Alles. Oh, da ist Kupfer drin, Kupfer, eine Granate, das, die... Ja, ja, dann ist das mein Rucksack. Ja, ich habe mal alles mitgenommen. Jo. Äh, wie viel Slot habe ich denn noch? Ich habe noch... Warte mal, ach, warum mache ich das denn da? Ich habe 23 von Föhrmannen... 30. Da ist mehr als genug Platz. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen Kupfer fahren. Äh, Kohle haben wir ja genug, oder? Äh, aktuell haben wir 62. Machen wir euch das? Was war denn das jetzt gar nicht? Erstmal. Okay. Alter, wie viel Kupfer... Junge, hier ist so viel... Ach, nee, das ist Kohle. Ich nehme ein bisschen Kohle mit. Mann, Mann, Mann. So. Ich dachte, das war alles, ähm, Kupfer. Geht ja alles mit K an. Okay, so, Raffinerie für immer, bitte. Das, das, das. Gut. Okay, ähm, was haben wir hier? Hier ist die X-Up Game. Da ist was. Oh, wieder Kohle. Hm, nutze ich das überhaupt? Ja, 10 Slots habe ich ja noch. Komm. Wie, wie weit kann Kohle denn überhaupt stacken? Wie normales Erz? Ähm, ja, wie hoch im Frachtraum? 200, 100, 150. Ja, wie normales Erz, das braucht nur eben immer mehr Slots. Ja. Wie normales Erz. Selbst wenn wir Erz auch reinmachen, unter 200 stehen, dann brauchen wir ja trotzdem, äh, ihr, äh, 10 Slots. Kupfer Schrott. Ja, in Rucksack, in, in, ja, in Rucksack ist es ja 10, aber im Frachtraum ist es doch höher, oder nicht? Nein, da ist es auch 10, nur die, äh, sind dann mehr sortiert, also die werden dann nur zusammengestackt. Aber sie brauchen trotzdem die Slots. Okay. So, gut, gut, gut. Dann, Forschungsstation, hup, hup. Aschering. Boah, geil. So, wir brauchen hier eine Pumpe und Fertigungsdaten 1. Okay. So. Hey, Nico, du musst die Pumpe suchen. Hm, ich weiß, wo sie ist. Das ist schön. Die kommen wir, glaube ich, noch nicht hin, also. Na, später eventuell. Okay, was haben wir denn hier, was ist das? Schöner Streit. Hey, warte mal, jetzt können wir Belebungswerkstöcke schon bauen, Herr. Boah, ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, bei denen spawnen, das, was wir hier eingestellt haben, ey. Ja, ich, mich wundert es nur, dass wir die jetzt schon bauen können, weil wir die in den Runs vorher halt nicht bauen konnten, so jetzt halt ich. So, was bist du denn, äh, du bist Kohle, ne, oder was? Ja, egal. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Wir brauchen Kohle. So, ich komm zur Base. Same. Ich hab genug Stoff. So, ähm, ähm, ganze Kohle und so weiter schon in den Frachter reinwerfen, oder was? Naja, kann brauchen. Okay. Äh, langstrecken konkret, äh, kein Stress. So. Oh mein Gott, äh, oh mein Gott, die, oh mein, was seh ich da grad eigentlich? Ähm, da ist grad der Patrouille. Ähm. Und? Äh, aber die kommen nicht zu uns. Ja, ist bestimmt 20-30. 20-30. Oh, geht doch klar. Ja, ich mit meiner Null Munition geh, klar, Alter. Easy. Ich pickaxe die alle. Ja, easy. Ach, Traum ist falsch. Ja. Ich mach dir halt zwei Sachen da raus, das kommt da rein. Äh, warte mal, diese Converter-Pumpe, weil ich weiß nicht, was gehört rein, was nicht rein. Hier, der Schokoriegel, äh, Kinderriegel, der kennt auch aus, ne? Kinderriegel. Ich werde gar nichts tun, ne? Äh, Kohle. Kohle. Hallo, ich will mir Kohle reinballern. Hallo. So, ähm, Niko, wo bist du? Hallo. Ähm, Ähm, also, ich mach mal hier deine... So, wird gecrackert. Oh ja, Mann, der Revolver. Oh. Ich geh schon mal los. Wohin gehst du? Äh, ich hab deine, ähm, deine Spitzhacke und Ding ist hier da reingelegt, äh, aber das ist nicht der Herz und so. Ja, ich hab gerade schon rausgenommen. Oh, 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 ja, 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 ja. Weg von uns. Okay. Es ist gut, dass ihr so nicht gesehen habt. Ach, du Scheiße, Junge. Hihihi. Die kommt zurück, die kommt zurück, die kommt zurück. Ren. Ah, das ist auf einer Re... Das hier ist... Nee, das suche ich nicht. Ich hasse dich. 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 Nein, hab ich nicht. Die hab ich nicht mitgenommen. Ah, tada. Okay. Wo ist denn die Fertigungsmaschine oben? Ah, nix. Guck. Das war schon. Ah, da ist es auch. Okay, ich mach dir das. Ich mach dir das. Ähm, so. Ich mach dir das nicht. Ich mach dir das nicht. Ich mach dir das nicht. Kupfer... Bestandteile. Ach so, der Bastard ist gerade der Ding ist hier. Fertigungsmodul 1 an. Sehr nice. Correct. Nein. Keine Moni mehr. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Das ist keine gute Idee, da rein zu gehen. Ich sag's dir. Ja, nimm mal erst mal das hier raus. Aua. Hallo, Rampi. So war das. Hi. Tschüss, Rampi. Auf Wiedersehen. Äh, wo soll ich denn die Fertigungsdingens machen? Auf dem Dach oben installieren? Oder wie hättest du das gerne? Da, wo sie nicht direkt abgeknallt wird. Also oben. Jürgen, das sieht aus, als hätten wir denn so ein Shotgun hinter dir. Okay. So. Ja, easy. Wir brauchen noch ein bisschen. Der müsste jetzt... So. Frei zum Looten. Ich hab schon angefangen bei dir, sonst die spawnen irgendwann. Ja. Okay. Ja, aber wir haben ein gutes Zeug rausgeholt. Actually. Die Pistol-Money können wir... servitschen für Gunpowder, ne? Würde ich auch machen. Also die Pistole ist absolut useless, bis du Offiziers hast. Und Panzerbrechend, würde ich sagen. Ja. Ansonsten ist hier, glaube ich, jetzt alles... Also... Die wollten mich einfach abfacken, beim Scheiß-Kopf-Verfahren. Ja. Fech. Dann haben sie mich einfach abgeschossen, obwohl ich einfach nur in sie reingerannt bin und da kaum geschossen habe. Albi, ich habe knapp 30 Schuss jetzt mal ballert. Pff, genug. Ja. Ah, Mensch. Ja. Nein. Anfänger. Echt mal. Guck mal, die ganze Meute ist so alt und ich habe nur 5 Schuss verbraucht, Alter. Werde mal raus. Werde mal raus. Menschen schlecht von dir. Okay, ähm... Alter. Das kann jetzt mal raus. Aufbereitungsmaschine. Das kann jetzt erstmal raus. Okay. 20. Fack dir das wieder nach oben. Also, wir brauchen 20 Revolver-Monie für das Salvagen. Hat jemand noch? Ich habe noch. Dann mach einen Frachtraum. Kannst du den Revolver aufservagen? Ähm... Ja. Perfekt. Perfekt, damit. Ich bin... Hä? Warte mal. Ach so, dann. Ich meine, die geben uns fucking zwei Kupferwaren, ne? Das ist schon ordentlich. So, dann hat sich jeder gegönnt von Schafschütze-Monie, ne? Schafschütze-Monie. Schafschütze-Monie. Nee, nee, ich meine Dingens hier. Schroti. Ähm... Hier habe ich noch welche drin. Ich brauche nur 60 erstmal am Anfang. Okay. Soll ich noch ein paar Wiese machen? Äh, wir sollten aufpassen, dass wir unser Lager auf jeden Fall nicht überkochen. Okay. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall ein Frachtmodul bauen. Äh, nochmal, dass wir ein bisschen mehr Speicherplatz haben. Und dann... Erstmal auf Verteidigungstürme scheißen. Ich würde den Bohrer einfach die ganze Zeit unter die Erde lassen, wenn wir hier rausgehen. Mhm. Äh, das ist auch der für Munition, ne? Für Schoti. Äh, wenn jemand braucht. Äh, ich nehme... ...Revolver mit. Aber 10 Schuss reichen die Meister. Revolver? Alter, ich sag dir, Revolver ist absolut Müll. Nimm Schrotkante. Okay. Bauen wir. Bauen wir. Gut. Ähm... Ist die Frage, ob wir das Schiff da hinten raiden wollen? Äh, ja. Auf geht's. Rappi! Jep. Unterwegs. Warten wir, konnten wir Granaten craften? Äh, nein. Ah ne, wir brauchen ein Crafting-Modul davon, ne? Ne, wir brauchen die, äh, ähm, anfangs Sprengstoff. Ah, äh, äh. Und sind wieder welche? Oh mein Gott, oh Gott. Wollen wir die einfach ignorieren und durch? Ja. Äh, einfach rechts über den Berg. Ja, wir sind über den Berg. Na man. Ui. Aber die kommen gleich alle zu uns, ne, Justin? Egal, wir machen sie schnell fertig. Glaub ich dir nicht. Kann gar nicht. Ja, schneller Drive-By. Ja. Also jetzt wäre ein Militärschiff ganz geil gewesen eigentlich. Damit wir mit Granaten gefüttert werden. Ja, äh, es wäre ein Forschungsschiff eigentlich echt cool gewesen. Damit wir die Daten gleich haben. Das ist ein Spawner. Nein, da haben wir. Jawohl. Ah, da habe ich Granaten. Perfekt. Ich fühle mich sicher. Okay, Frachthorn. Stratus brüllt. Das ist ja was interessant ist hier. Ja. 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 Nee, das ist sicher, dass er erstmal hierher fährt. Und dann sagt es ja. Hier ist noch voll. Und dann... Jungen, wofür kriege ich einfach... Eigentlich... damit. Schroß für hinten. Einfach OP. Äh, warte mal, ich höre was. Ja, natürlich hörst du was. Dann komm direkt ins nächste. Okay. Okay. Naja, Mann. Zerstören. Rampy, Insel draufballern. Insel draufballern. Geh du kalte. Okay, das kam doch ein bisschen weiter vorher draus, als ich dachte. Ding hält mich keine Hörfahrten. Tür ist offen. So, alles ablegen. Hier ist gar nichts. Das kann raus. Warte mal, es hätte das... Das kann raus. Das kann raus. Ach, das ist ein Bronzer. Ich wollte nur schießen. Rampy, okay. Diese Scheiße. Das ist ja cool, ne. So, hier hast du Forschungssachen in dem einen Schrank. Ähm, warte mal. Wie packen wir denn halt jetzt Separatur-Kids und sonst was? Weil hier in der ist jetzt ein bisschen Krüttelmutter. Ähm, Nico, hier ist noch deine Spitzacke drin, ne? Äh, ja, ja, ja. Das ist immer zu schwer für mich, ne? Was kräftest du da jetzt, wie das so fein ist? Ja, auch unsere Upgrades, die wir uns wohl verdient haben. Äh, warte mal. Hatten wir nicht oben eine? Doch. Wir haben da oben eine. So haben wir... Fertigungsmaschinen. Ah, das ist die verbesserte Version, ne? Also, wir haben eine Fertigungsmaschine unten stehen, auf jeden Fall. Ja, oben ist auch eine. Hier ist ein Crafting-Schiff und noch ein Resource-Schiff. Hm. Okay. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Warte mal. Ähm, was brauchen wir denn eigentlich noch? Aber was hatten wir gerade gekillt? Ähm, äh, Crafting, ne? Raffinerie. Raffinerie, okay. Raffinerie, okay. Raffinerie fehlt uns noch und, äh, Frachmodul. Was haben wir hier? Gut. Denn ich bin auf geheimer Mission, bin ein geheimer Spiel. Ich kann da rein. Raffinerie, da fehlt uns noch ein Schredder. Ja, und, äh, Daten, okay. Schredder haben wir. Ihr seid beide auf dem Schiff, ne? Jo. Ja. Okay. Okay, ähm, die Schredder packe ich mal in der Dingens rein. Ey, warte mal, wie haben wir hier eigentlich schon? Da packt ihr am besten in ein Lager rein. Oh, wir haben schon einen. Cool. So, äh. Ey, warte mal, das Schiff ist abanded, glaube ich. Wir sehen jemanden. Was fehlt uns jetzt noch? Raffinerie, ne? Äh, an Modulen? Ja. Ey, weiß ich was, da kriegst du das alles gecraftet. Äh, ich schau mal, äh, wir haben... Wir haben noch gar kein Modul. Außer zwei, ähm, Frachttraum. Doch, ne, doch, wir haben ein Craftingmodul. Ein Crafting- und ein Frachtmodul haben wir jetzt. Raffinerie fehlt uns noch. Raffinerie und Forschung. Äh, ja, glaube ich immer. Ja, genau, die zwei fehlen noch. Haben wir nicht noch Affinerie-Daten? Oder Forschungs-Daten? Also ich kann die schon mal in eine Liste setzen. Und, äh, Forschung mal in eine Liste setzen, ne? Wir fehlen, ja, uns fehlen nur noch, äh, Converter. Hatten wir nicht irgendwo einen Converter gehabt? Ich schwörte, ich hätte irgendwo einen Converter gesehen. Doch, wir haben einen Converter. So, das kann rein. Jetzt fehlt uns nur noch, ähm, ja, Forschungs-Daten. Und Raffinerie-Daten. Mit uns fehlen noch, also, Forschungs-Daten. Wir fehlen uns noch Raffinerie-Daten, habe ich. Au, nein, das wollte ich nicht. Was ist denn passiert? Seid ihr bei einem Schiff? Äh, ja. Wo bist du? Au, warte mal, wir machen gerade. Echtig gleich. Du machst die Klappe auf. So. Kann ich den nochmal rufen? Ja, ist das Klappe zu. Wie, du rufst ihn jetzt zu uns, zu dir? Ja, weil es nur recht weiter weg war. Okay. Wir sind gefangen. Warte mal. Oh, das war jetzt gerade irgendwie Ander-Wirming, ja. Wir waren nicht mal Eingekner. Geil. Okay, Raffinerie-Modul wird gleich gebaut. Danach Forschungs-Modul noch. Forschungs-Modul, ja, 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 ja. Okay, dann brauchen wir nur noch das. Okay. Dann brauchen wir nur noch das. Ähm, was haben wir denn da? Oh, Schwefel. Ich geh da mal ganz kurz hin und hol mir mal ein bisschen Schwefel. Was ist das? Oh, das haben wir ja jetzt. Oh, beide Schiffe da. Schönes Ding. Und ich komme noch rechtzeitig nach Hause, mein Sohn. Ja, ey, stimmt. Ich hab die Zeit vorher aus dem Pfick ver... äh, verloren. das ist so heiß hier so was sagen wir den kupfer 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 wir haben erstmal genug also ich habe jetzt das rapanari modul gebaut ich bringe auf jeden fall einig somit wenn du forschungsdaten hast wäre das geil bestimmt ja ich habe rapinerie forschung fertigungsforschung was habe ich hier sonst noch wer pumpe und sonst ne forschung selbst habe ich leider nicht ich habe bisschen schwefel mitgebracht ok ok was haben wir hier haben wir reparatursachen drin wie ich sehe und anscheinend noch an uns kode packen wir da rein dann oh wir haben kupferrüstung ja jeder kann sich eine granate nehmen ich habe weg stück aber danke ich nehme mir eine rüstung lieber ja ich habe jeden einen jetzt erst mal gebaut und ich brauche dringend schroth und munition das ist cool so okay dringend meine ich sehr dringend wird gemacht erläuter ach so ja nicht da noch eine minute gut ja aber ich bin trotzdem schon runter wir brauchen ja keine fertigungsanlage gerade und er ist bereit und dass wir schneller bauen würden naja deswegen geschwürt jetzt einfach in untergrund ein bisschen nach ersten form noch okay ja perfekt so schnell keinen 25 minuten aber ich meine die richtigen schiffe kommen ja sowieso erst im underground die sind ja verstärkt nochmals naja wir wollen da werden wird was 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 warst du da ja da drunter ist nämlich auch noch den ganzen äh ein schalter zum hohen runterfahren achso ja das ist was mich auch ein bisschen stört ja 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 ich dachte ja und du hast nur den einen aber dann hast du noch da einen dann habe ich irgendwo noch ein gesehen genau hier ja hier drei stück so